Bald kann man also wieder ein Bier im Schanigarten oder eine Melange im Kaffeehaus genießen. Aber wie blickt man in der Gastronomie auf die Öffnungsschritte? Das habe ich heute Vormittag Mario Pulker, den Gastronomieobmann der Wirtschaftskammer, gefragt. Ja, auf jeden Fall, weil wir haben ja in den Verhandlungen, wie wir begonnen haben, von einer Uhrzeit gesprochen von 19.30 Uhr, weil die Ausgangssperren hier mit 20 Uhr gegolten haben. Und zu sagen, dass wir jetzt die 22 Uhr bekommen haben, das freuen wir uns sehr. Und das ist einmal, wie der Herr Bundeskanzler schon gesagt hat, der erste Schritt wieder zurück in die Normalität. Und dann, wie gesagt, und wie es der Herr Bundeskanzler auch gesagt hat, gibt es ja dann weitere Erleichterungen. Die Basis dafür ist aber natürlich, dass sich alle unsere Mitgliedsbetriebe, aber auch die Konsumentinnen und Konsumenten und auch unsere Gäste an die Vorgaben halten. Damit das Infektionsgeschehen besser kontrolliert werden kann, sollen künftig auch Tests in den Restaurants angeboten werden. Aber wer genau wird die dann durchführen? Also es war für uns ja ganz, ganz wichtig, dass wir hier diese niederschwelligen Tests bekommen und dass das Gesundheitsministerium uns die auch bewilligt. Und das haben wir jetzt bekommen. Und über das sind wir natürlich auch sehr froh. Denn es ist uns darum gegangen, wenn eine Gästegruppe ins Lokal kommt und es ist einer dabei, der quasi keinen Test hat, dann kann man ja den nicht wegschicken oder wir wollten den dann nicht wegschicken, sondern wir wollten die Möglichkeit haben, dass auch der hier teilnehmen kann, wenn eine Gruppe ins Lokal kommt. Und daher freuen wir uns, dass diese Eintrittstests quasi, die der Gast selber macht, die auch akzeptiert worden sind von Seiten der Bundesregierung. Das heißt in erster Linie aber schon, dass wir gerne hätten, dass die Gäste natürlich schon getestet kommen und hier der Gastronom hier nicht noch vor zusätzliche Aufgaben gestellt wird. Aber ist denn sichergestellt, dass bis zum 19. Mai alle Lokale ausreichend viele Tests haben und wer zahlt dafür? Also ich gehe davon aus, dass das funktionieren wird, dass hier das zugestellt wird und bezahlen wird, dass der Bund diese Zusage haben wir bereits. Jetzt liegt die Kontrollpflicht bei den Wirten und Gastronomen. Das wird wahrscheinlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Wird dafür auch mehr Personal benötigt? Also ich weiß jetzt nicht, wie es viele Betriebe handhaben werden. Wir hatten das ja schon im letzten Jahr, die Registrierungspflicht. Und in meinem Betrieb hat das sangklanglos funktioniert, muss ich jetzt sagen. Und ich habe auch eine große Terrasse mit 150 Sitzplätzen direkt über der Donau in der Wachau, wo Sie sich vorstellen können, dass mehrere hundert Leute pro Tag hier drüber gehen und bewirtet werden. Und das hat eigentlich sangklanglos funktioniert. Aber ja, es kann natürlich den einen oder anderen Betrieb eine zusätzliche Herausforderung stellen. Aber wie gesagt, wir müssen uns immer vor Augen halten, dass das erste Öffnungsdatum, über das wir diskutiert haben, der erste Juli gewesen wäre. Und jetzt öffnen wir am 19. Mai, dass das natürlich gewisse Sicherheitsvorkehrungen bedarf. Das ist ganz klar. Und wir werden das meistern. Und ich kann Ihnen nur appellieren, unsere Gäste und auch an die Gastronomen, sich bitte testen zu lassen und hier, wie gesagt, dem Wirten auch es so einfach wie möglich zu machen, sie zu bedienen und ihnen einen schönen Tag und schöne Stunden zu bitten. Sie haben die Registrierungspflicht schon erwähnt. Wird die wieder so ablaufen, wie wir das im vergangenen Jahr kennengelernt haben? Also teilweise digital, teilweise analog auf Zetteln? Also genau so wird es funktionieren. Wir haben das quasi den Bundesländern überlassen. Ich kann hier nur für mein Bundesland sprechen, aus dem ich komme, für Niederösterreich. Wir werden sozusagen dieses Formular, das wir unseren Mitgliedsbetrieben angeboten haben, jetzt anpassen an die Verordnung, die wir gestern Nacht bekommen haben in der Letztfassung und dann den Mitgliedsbetrieben kostenfrei zur Verfügung stellen, damit man sich das herunterladen kann. Aber es gibt natürlich auch eine Menge an Betrieben, die haben bereits eigene Apps und eigene Zutrittssysteme, oder machen das über das Kassensystem. Also ich sehe hier kein großes Problem. Jetzt hat die Datenschutzbehörde schon im vergangenen Jahr festgestellt, dass die Registrierungspflicht eigentlich gegen den Datenschutz verstößt. Wird das einfach ignoriert? Nein, der Datenschutz zum Beispiel ist unser Formular, das wir in Niederösterreich hatten, wurde nicht angegriffen sozusagen. Also das war in Ordnung. Das Wiener hatte ein Problem, das Wiener Gesetz, aber es ist quasi jetzt auch in der Verordnung die Basis dafür geschaffen worden, beziehungsweise in einem vorgegangenen Gesetz, dass hier diese Registrierungspflicht auch rechtens ist. Aber es kommt natürlich darauf an, wie man die dann abführt. Und daher würde ich auch raten, diese Formulare, die hier die Wirtschaftskammerorganisation zur Verfügung stellt, zu verwenden. Jetzt werden also in Zukunft vier Personen indoor plus Kinder und outdoor zehn Personen plus zehn Kinder erlaubt sein. Kann man, wenn viel los ist im Lokal, überhaupt den Überblick darüber behalten? Ja, also das kann man durchaus. Wie gesagt, ich habe ja selbst kein kleines Lokal mit 30 Mitarbeitern. Und das funktioniert sehr gut. Man hat seine Kellner, seine Restaurantmitarbeiter. Also das ist kein großes Problem. Ich sehe das nicht als großes Problem. Jetzt hört man auch in der Pandemie immer wieder davon, dass neue Lokale aufsperren hat. Hat so jemand überhaupt eine Chance? Ist denn nicht zu erwarten, dass die Leute, wenn es wieder geht, in bekannte Restaurants gehen und nicht was Neues gleich ausprobieren? Also das sehe ich nicht so. Sie wissen, die Branche ist sehr innovativ. Die Branche verändert sich laufend. Wir bekommen immer wieder neue Konzepte, auch die von den Gästen sehr gut angenommen werden. Und die Gastronomie, wie gesagt, war immer schon eine sehr innovative Branche. Und die Gäste schätzen das auch und gehen auch gern dorthin. Also es wird ein Mix sein. Ich glaube, ein Betrieb, der gut geführt ist und der eine gute Preis-Leistung bietet, der wird sein Geschäft machen, wie in der Vergangenheit, so auch in der Zukunft. Dann bitte ich Sie abschließend um eine Einschätzung. Was denken Sie, wird nach dem 19. Mai in der Gastronomie wieder alles so sein wie vorher? Also, wie gesagt, die bekannten Einschränkungen sind uns jetzt bekannt. Das wissen wir. Wir können damit umgehen. Wir haben die Sicherheitskonzepte. Wir können unsere Gäste nur bitten, sich auch daran zu halten, um uns, wie gesagt, hier auch das Leben nicht schwerer zu machen, als es schon ist. Aber die Gastronomie wird wieder funktionieren. Die Gastronomie wird wieder laufen. Die Gäste freuen sich, dass sie wieder zu uns kommen können. Und wenn wir alle uns ordentlich an die Vorgaben halten, wird es weitere Erleichterungen geben. Und so werden wir gemeinsam aus dieser Pandemie herauskommen. Mario Pulker, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.